Willkommen zurück zur Weltspitze der Wissenschaften, zur Spitze des Denkens und Verstehens der Welt. Ja, gestern war ein arbeitsintensiver, telefonintensiver Tag, beginnend mit einer Petition, die ein Mitglied von WIR 2020 veröffentlicht hat. Sie finden diese Petition, Sie gehen auf openpetition.de, suchen nach dem Themenbereich Gesundheit und da gucken Sie unter Neuestes, und da finden Sie in der zweiten oder dritten Stelle irgendwo, finden Sie das neue Thema, mein Arzt soll dafür belohnt werden, wenn ich gesund und glücklich bleibe. Und dann finden Sie da unzählige positive Kommentare, wir hätten das nicht gebraucht, weil wir das ja aus der simulierten Bundestagswahl reagieren, wie positiv kluge Menschen darauf reagieren. Und allerdings auch, wir sehen den Lobbyismus dagegen, sozusagen. Also hier, liebe Herren und Damen, Bakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, Sie brauchen ein alles umwerfendes Wahlprogramm und das sehen Sie zum Beispiel in dieser Petition. Und da sieht man auch, was das Problem ist, nämlich dass überall auch Lobbyisten ihrer eigenen Sparte, Lobbyisten gibt es nicht nur bei Großkonzernen, sondern die gibt es bei NGOs, die sind Lobbyisten dafür, letztendlich mehr Spenden zu kassieren, also mehr Spenden zu erbetteln, damit die Gehälter der Geschäftsführer größer werden können, sozusagen. Immer geht es um den Griff in Ihren Geldbeutel, liebe Wählerinnen, ja. Und dann haben wir die Pädagogik-Sparte, die anthroposophische Pädagogik-Sparte, wobei, ja, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, in Panorama in ARD wurde der Dr. Christoph Huck, der geistige Vordenker von WIR 2020 in Baden-Württemberg gezeigt, als einer der Vordenker der Anthroposophie, die ja immerhin von vielen als Sekte empfunden wird und von uns als Naturwissenschaftlern ist das, die Anthroposophie ist natürlich ein rotes Tuch, für uns ist natürlich der Rudolf Steiner einer der weltfremdesten Denker überhaupt, die man sich vorstellen kann. Also es ist schon absurd, wie man so viel, mit so viel unrealistischen Gedanken, so viel unrealistische Menschen einfangen kann und für sich gewinnen kann. Aber das darf uns nicht wundern, denn auch die Zeugen Jehovas gewinnen ganz viele und fangen ganz viele Menschen ein. Und sogar die Scientology fängt ganz viele Menschen ein. Also mit ganz abstrusen Konzepten können sie ungebildete Menschen einfach einfangen. Das ist halt einfach so. Das Schlimme ist nur, wenn die sich in die Parteien reindrängen und dann die Wahlprogramme sprechen. Und ich hatte dann auch ein langes Gespräch mit der Frau von Wolfgang Romberg, der Frau Romberg, darüber und auch am Rande, nicht nur über die Nutzung der Next Scientists for Future für die Wahlprogramme sozusagen, sondern auch über das Problem natürlich, dass so nett bestimmt so ein Herr Dr. Hook ist. Aber für eine Partei kann es das ausbedeuten, wenn sie ein für alle Mal mit einer sektenähnlichen anthroposophischen Bewegung assoziiert wird. Dann kann das schon das Ende einer Partei bedeuten und deswegen. Aber sie hat mir noch mal ganz klar gesagt, das Programm von Baden-Württemberg ist ja noch nicht abgestimmt von der Partei. Das ist also nur ein Vorentwurf, wurde aber so präsentiert, dass man es zumindest leicht missverstehen konnte als das endgültige Wahlprogramm Baden-Württemberg. Und das ist dann schon problematisch, dass man das missverstehen kann. Es hätte wirklich klarer gekennzeichnet werden sollen, dass es sich um einen ganz vagen individuellen Vorentwurf der Leute rund um Dr. Christoph Hook gehandelt hat und nicht um ein von der Partei genehmigtes Wahlprogramm. Das ist also ganz wichtig. Und ich glaube, Frau Romberg hat auch dieses, den Ernst der Situation auch erkannt. Aber natürlich ging es in erster Linie um die Zusammenarbeit. Und dann hatte ich noch mit zwei sehr wichtigen Persönlichkeiten der Partei die Basis zu tun. Bei der einen Dame, die hatte auch Corona-Demos veranstaltet in Bornheim. Und da habe ich auch ja schon mal eine Rede gehalten gehabt. Daher kannten wir uns schon. Ja, ich hoffe, dass jetzt die Basis und wir 2020 EU den großen Sprung schaffen. Und gestern und heute hatte ja dieses Mitglied von wir 2020 EU ja auch zwei Online-Termine, die hoffentlich dazu führen, dass sich jetzt die wir 2020 auf breiter Linie für unser Konzept der Öffnung für Referate über externe unerreichbare Experten und dann die Öffnung der internen Talkshows für erreichbare externe Experten wie die Next Scientists for Future und zumindest teilweise erreichbar. Denn viele unserer Professoren würden es sicherlich ablehnen, bei dieser Partei zu sprechen, bei den Neuparteien generell zu sprechen. Aber die Next Scientists for Future sind da ja ein bisschen mutiger. Und die parteiinternen Experten. Und bisher ist man beschränkt auf die parteiinternen Experten und hat dabei den Fehler gemacht, dass die besten Experten der Welt niemals bereit sind, Mitglied einer Partei zu werden, damit sie nicht verbrannt sind irgendwann und ihren Status als Weltexperte verlieren, dadurch, dass plötzlich eine Partei sich in eine negative Richtung entwickelt, wie zum Beispiel die AfD, und dann die Person für den Rest seines Lebens beschmutzt ist sozusagen durch diese Parteimitgliedschaft. Auch wenn die dann sofort gekündigt würde, aber das hängt einem noch dann an, ja, negativ. So nach dem Motto, hätten sie nicht erkennen können, dass da der Keim des Schlechten schon in der Partei schon viel früher zu sehen war oder so. So, und jetzt zeige ich da mal einiges. Das, also, ich habe ja angefangen damit, dass wir erst mal schauen hier, wir gehen auf unsere Homepage, gehen auf zum Beispiel hier Stellungnahme gehe ich. Irgendwo im Menü finden Sie das immer, je nach Größe, was Sie eingestellt haben hier. Wenn man ein bisschen größer stellt, ist das Menü hier. Und dann haben Sie schön hier die vier entscheidenden Links gleich am Anfang. Und dann gehen wir auf die Wählerinnen-Kommentare. Und da finden wir das, was die Leute geschrieben haben in dieser Petition. Diese Petition hat überwiegend positive Resonanz bekommen. Das entspricht der Tatsache, dass wir ja in der simulierten Bundestagswahl für unsere Reformen 56 Prozent der Wählerstimmen erhalten hatten. Und jetzt hier nur ein paar Kommentare lese ich vor. Es gibt viel mehr. Sie müssen das dort schauen. Dort, wie gesagt, openpetition.de. Gesundheit, Neueste, zweite oder dritte Position. Und ja, mir ist diese Petition wichtig, da ich finde, dass wir uns zu sehr auf Medikamente verlassen, um unsere schlechten Lebensgewohnheiten und industrielle Ernährung auszugleichen. Ein grundlegendes Umdenken muss her. Ja, ein sehr tiefsinniger Kommentar, wie ich finde. Viele Ärzte schauen nur von Fall zu Fall oder dass ihre Bilanzen stimmen. Wenn einem Arzt aber die Krankheitsgeschichte seiner Patienten wichtig ist und er quasi dafür sorgt, dass er arbeitslos ist, aber die Kassen auch weniger zahlen müssen, sollte das honoriert werden und nicht zur Praxisaufgabe führen. Ja, da in diesem Kommentar steckt die ganz tiefe Erkenntnis, die wir natürlich schon lange haben, dass man eigentlich seine Praxis schließen muss, wenn man wirklich Gesundheit fördert. Das darf man nicht, sondern man muss Krankheit verwalten. Und dann fällt genügend Geld ab. Aber man darf auf keinen Fall Gesundheit produzieren. Denn das führt zur Praxisaufgabe. Irgendwann hat man nämlich die Leute alle aus der Praxisterapie raustherapiert in die Gesundheit entlassen. Und die kommen dann gar nicht mehr. Da die sogenannte Salutogenese jeden Bürger auch Ansporn selbst für die eigene Gesundheit und Eigenverantwortlichkeit ermöglicht. Deswegen habe ich also für diese Petition gestimmt. Und den pharmazeutischen Riesen allmählich den Hahn abdrehen könnte. Gut, also auf jeden Fall muss das Geschäftsmodell der pharmazeutischen Industrie für Deutschland dann sich natürlich grundlegend ändern. Denn durch möglichst viel Tablettensuchterzeugung geht es nicht mehr. Weil das bringt in Deutschland nichts mehr. Das Geschäftsmodell funktioniert im Rest der Gesellschaft. Der Verkauf von möglichst vielen Impfungen, Operationen, Tests, Bestrahlungen und so weiter. Das funktioniert im Rest der Welt, aber dann nicht mehr in Deutschland, weil es sich nicht mehr rechnet. Ich denke, unser gesamtes Gesundheitssystem ist auf den Kopf gestellt. Man kommt hier sogar zurück auf den Ausgangspunkt des Weltrates. Nämlich, ich denke, unser gesamtes Gesundheitssystem ist auf den Kopf gestellt und würde sogar noch weiter gehen und ein Modell bevorzugen, das sich an den alten Chinesen orientiert. Das Prinzip, alle bezahlen den Docks, solange sie gesund sind. Wer krank wird, bezahlt nicht mehr so lange, bis er wieder genesen ist. So wird der Anreiz für die Gesundheit der Bevölkerung geschaffen, keiner sie mit Pharmaka zuzuschütten. Also ich lese die ganzen weiteren Kommentare nicht mehr vor, aber man sieht, das ist toll. Es geht jetzt immer so weiter, können Sie alles sehen auf der Seite Open Petition, lesen sich alle Kommentare durch. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie die Lage der vorteilbringenden Irrtümer der Ärzteschaft dagegen ankämpft. Und zwar nur der, ich nenne es mal, der eher böswilligen Ärzte. Denn die gutwilligen Ärzte sind auf unserer Seite und fordern schon seit langem unser Belohnungssystem. Nämlich Belohnung für bewiesene Krankheitsverhinderung und Gesundheitsförderung in Relation zu den von den Krankenversicherungen in Zusammenarbeit mit dem Bundeswahlleiter ausgerechneten Gesundheitskostenerwartungskurven. Sodass jemand, dessen ganze Familiengeschichte schon voll ist mit schwersten Krankheiten, da kann natürlich der Arzt kein Wunder bewirken. Der wird wahrscheinlich seine chronischen Krankheiten nicht vollständig loswerden. Aber auch wenn er nur einen Millimeter verbessert, untertrifft er damit die Gesundheitskostenerwartungskurve für diesen Patienten. Und allein aus der Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Kostenkurve und der Gesundheitskostenerwartungskurve besteht sein Honorar. Ich schaue gerade mal, ob ich ein Schaubild finde, was dazu passen könnte. Und ja, nehmen wir doch das hier. Nehmen wir doch einfach das hier. Wenn das hier die Gesundheitskostenerwartungskurve eines Menschen ist. Der ist jetzt zum Beispiel hier 50 oder so und dann explodieren normalerweise die Kosten bis hin zum Tode. Ja, und dann stirbt er und dann gehen die Kosten auf Null. Und sinken dann also hier wieder ab. Also quasi das ist sozusagen eine Gesundheitskostenerwartungskurve eines Menschen aus einer chronisch kranken Familie mit vielen Vorerkrankungen und vielen familiären Vorerkrankungen. Und das ist die übliche Kurve. Und jetzt ist ein sehr guter gesundheitsförderlicher Arzt, wird es durch seine ganzen Kursangebote, seine Freizeit- und Wochenendangebot schaffen, dass die tatsächliche Kostenkurve, so was Operationen und Medikamente anbetrifft, etwas darunter liegen wird. Die wird nicht ganz so hier bei Null liegen, wie bei kerngesunden Leuten aus kerngesunden Familien und kerngesunden Lebensgeschichten heraus, sondern die wird etwas darunter liegen. Aber dieser Abstand bedeutet für das Team, für das Hausarzt-Team oder Hausarzt-Ersatz-Team, Ersatzpraxis-Team, ein fürstliche Verdienstzuschüsse, weil nur die Diskrepanz zählt. Dadurch sind dann auch die chronisch Kranken viel attraktiver für jede Hausarztpraxis als die chronisch gesunden, weil was wollen sie hier einer solchen Kurve, wie wollen sie die noch senken? Es geht nicht mehr, sie sind ja schon fast bei Null. Da kann der Arzt also nicht so viel gewinnen wie bei den chronisch Kranken. Bei den chronisch Kranken hat er ja den ganzen Spielraum. Wenn es ihm sogar gelingt, dass diese Kurve statt dieser Erwartungskurve die faktische Kurve so wird, dann kriegt er ja riesige Verdienstzuschüsse für diesen Versicherten und das auf Dauer. Denn immer, die Erwartungskurve liegt hier und er kriegt hier so viel Geld, so viel Diskrepanzgeld. Also das kriegt er als Verdienstzuschuss. Und dadurch haben wir das perfekte Gesundheitssystem. Das ist ganz einfach. Und ich zeige nochmal, weil ich gerade hier bin, mache ich nochmal gerade den Kurzausflug, dass ich nochmal zeige. Das ist also ja das Thema des ersten Volksentscheids nach der Wahl, also das Volksentscheidwahlprogramm. Hier gibt es also nicht nur eine Reform. Die Partei präsentiert nicht wie die Altparteien ein Programm, das dann noch auch von irgendwelchen Lobbyisten geschrieben ist. Und eigentlich bedeutet das bestimmte Lobbyisten für ihre Konzerne oder anderen Gruppierungen, für die Sozialspartler, für die NGOs, für die Pädagogikspartler und so weiter, für alle möglichen Sparten den Griff in die Kasse der Bürger, in die Geldbeutel der Bürger garantieren, ja sozusagen. Sondern hier werden alle findbaren, unterschiedlichen Reformkonzepte für einen Themenbereich gegeneinander gestellt und dann darüber abgestimmt. Und das ist der richtige Weg, ja. Und ich gehe wieder zurück zu hier. Und hier hatten wir ja das Ding, dass wir noch einmal, wir sahen bei der openpetition.de, Gesundheit, neueste und drittneueste, zweitneueste Petition. Wir wollten jetzt die Gegenrede hören. Bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding grundsätzlich immer im Internetfernsehen schneller drehen, weil alle Sendungen besser sind. Also 1,5 bis 2,0-fache Geschwindigkeit empfehlen wir bei jeder Sendung, ja. Schauen Sie bloß nicht die Sendungen so lahm, wie sie gesprochen werden, ne. Dann haben wir hier, was haben wir hier, wir gehen einfach hier hin, Live-Ticker-Wahlen, da müsste ich dann, da habe ich dann auch wieder die Kommentare und das Neue. Ich habe auch dieses, da komme ich dann auch gleich zu, aber erstmal gehe ich hier hin und gehe erstmal hin, Diskussion. Und da ist die Diskussion zur Petition Gesundheitsreform. Ich gucke mal, ob ich das für Sie noch besser lesbar machen kann, liebe Zuschauer. Ne, das ist sicherlich mindestens einer zu viel. Gucken wir nochmal. Das könnte klappen, ne. So, wo sind die Klammern. Das könnte doch gut sein, so für Sie. So, Diskussion zur Petition Gesundheitsreform. Und ich vermute, das handelt sich um jemanden aus dem medizinischen Bereich, der der vorteilbringende Irrtümer im Kopf hat und also mit diesen vorteilbringenden Irrtümern Lobbyismus dafür macht, dass er sozusagen das freie Recht behält, in die Geldbeutel von Ihnen, liebe Wählerinnen, einfach reinzugreifen und sich nach Belieben bedienen zu dürfen. Weiterhin, ja, sozusagen. Ohne Leistungsmessung, ohne Rangliste für Ärzte, ohne dass Sie, liebe Wählerinnen, erkennen können, ist das ein gesundheitsförderlicher Arzt und ein krankheitsverhindernder Arzt oder ist das das Gegenteil, ist es ein krankmachender Arzt oder ist es gar ein tötender Arzt, ja. Das müssen wir doch endlich mal messen und damit Sie als Wählerinnen die freie Wahl haben, ne. So. Dann schreibt also dieser Lobbyist oder Lobbyistin, was macht dann der Onkologe, also der Krebstherapeut? Naja, gut, der wird Folgendes machen, da wenn die Krebserkrankung schon in der Familie liegt und in der Familientradition, der Fehlernährung der Familie liegt und so weiter, da hat dieser Mensch ja eine drastisch hohe Erwartungskurve und dann jemand, der denjenigen, anstatt ihm gleich Chemotherapie, Bestrahlung und Operation kostenbringend, also geldeinbringend, geldeinträglich sozusagen aufzudrängen, würde er ihm erst mal das gesamte Leben umstellen, die gesamte Ernährung, Tiefenentspannung, alle möglichen Maßnahmen, die nicht brutal sind und die dann dazu führen, dass der Krebs vielleicht einfach so wieder verschwindet und dann kriegt er dafür einen fürstlichen Verdienstzuschuss, wenn das zum Beispiel der Hausarzt hinbekommt und sich als Onkologen auch versteht und das dann auch macht und außerdem kann ja man das System, was zunächst einmal beginnt mit dem Hausarzt, kann ja dann später dazu führen, dass die Hausärzte Partnerschaften, jeder Hausarzt hat eine Partnerschaft mit einem Facharzt, jeder Fachrichtung und sucht sich den besten Facharzt der Stadt raus sozusagen oder der Region raus und dann geht er Partnerschaften mit denen ein und die Hausärzte, die da besonders gutes Händchen haben darin, sich wirklich die besten auszusuchen und die besten Klinikstationen als Partner sich auszusuchen, die können ja dann ihre Partner auch nach dem Schlüssel bezahlen, wenn durch die Facharztbehandlung oder die stationäre Behandlung der Mensch mit den geringsten Kosten wieder so viel Gesundheit wie möglich aufweist, kriegt er ja wieder die höchsten Verdienstzuschüsse und dann kann er von diesen Verdienstzuschüssen seinen Partnern, den Fachärzten und den Klinikstationen entsprechend viel abgeben. Und so funktioniert das dann. Also insofern verdient dann ganz normal ein guter gesundheitsförderlicher Onkologe, auch ein Psychoonkologe und so weiter und ein Diabeteschirurg, der verdient dann am meisten, wenn er die Operation unnötig macht und nicht, wenn er möglichst viel und möglichst bereitwillig sofort amputiert wird, damit es Geld gibt, damit die Kasse klingelt. Der Rheumatologe, ja, also zum Beispiel, ich habe ja selbst letztens einen Rheuma-Anfall gehabt, einfach kein Brot mehr essen zum Beispiel, ja, und solche Sachen, ja. Das heißt also, all diese Krankheiten, diese Zivilisationskrankheiten, das ist kein Naturgesetz, sondern gegen die meisten von Ihnen und gegen fast alles kann man viel erreichen und dafür gibt es dann halt Verdienstzuschüsse. Wenn man, ja, Aids-Arzt, ja, man kann Menschen, wenn man solche Menschen auf gesundes Leben umstellt, dann haben die meistens wahrscheinlich gar kein Problem mehr mit irgendwelchen Viren, ne. Ja, ja, der Pathologe, der kriegt ja sein Gehalt wiederum wieder woanders her letztendlich, ja. Die Pathologen brauchen wir ja eigentlich, um sozusagen festzustellen, welche Fehler in der Behandlung gemacht wurde und wie der Patient vielleicht zu Tode gekommen ist durch Behandlungsfehler, aber, und auch die Labormediziner, ja, das ist doch ganz klar, dann, wenn ein Hausarzt der Meinung ist, dass eine Laboruntersuchung zum Beispiel auf einen Vitamin-D3-Spiegel oder Vitamin-B12-Spiegel unumgänglich ist oder ein Omega-3-Fettsäurenspiegel unumgänglich ist, dann wird er das in Auftrag geben und da wird er zwar Verdienstzuschüsse verlieren, wenn der Mensch aber doch im Effekt dadurch gesünder geworden ist, wird er mehr Verdienstzuschüsse reinbekommen, langfristig, als durch diese Laborausgaben von seinen Verdienstzuschüssen auf der anderen Seite abgezogen wird. Ist doch ganz einfach. Belohnung nur noch für den Dr. Vielgut. Ja, also, der Arzt, der es schafft, dass ich mich wohlfühle, genau den will ich doch haben. Alles andere interessiert mich doch nicht. Ja, ein Arzt, der das dazu führt, dass ich mich im Leben schlecht fühle, so einen Arzt will ich doch gar nicht. Und das interessiert mich auch nicht, ob er fachlich qualifiziert seinen Job macht oder nicht. Wenn er mein Wohlfühl nicht steigern kann, dann kann er das in der Pfeife rauchen. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob er, da kann er seine Ideologien woanders anwenden, aber bitte nicht bei mir. So, und jetzt kommt die Antwort, die ich geschrieben habe in diesem Fall bei dieser Open Petition. Anfangs gilt das nur für den Hausarzt. Alle anderen werden anfangs noch normal honoriert. Ganz am Anfang. Da kriegt der Onkologe noch sein Geld ganz normal, was uns natürlich dann wieder viel Geld kostet. Ja, also, aber das geht ja auch dann von den Verdienstzuschüssen des Hausarztes. Also, die Verdienstzuschüsse des Hausarztes werden durch entstehende Kosten bei Fachärzten nur dann reduziert werden, wenn diese Kosten über den Kostenerwartungskurven seiner Kunden liegen sollten. Später könnten dann zum Beispiel die erfolgreichsten Hausarztersatzteams Partnerschaften mit Fachärzten eingehen, die dann auch am meisten Verdienstzuschüsse erhalten, wenn auch sie möglichst viel Gesundheitsförderungswirkung entfalten mit den billigsten und einfachsten Mitteln. Ja, und dann sagt dieser Lobbyist wieder, der also an ihr Geld will, liebe Wählerinnen, mit seinen vorteilbringenden Irrtümern und versucht seine, und jetzt wird er auch noch beleidigend und so weiter, versucht, also mit allen Mitteln, manipulativen Mitteln, also jetzt hier mit Korruptionsmitteln, so würde es die FRAG nennen, die freie Argumentkultur, also mit manipulativen, beleidigenden Mitteln sozusagen, seinen Lobbyismus durchzudrücken sozusagen. Aha, also vom Alltag einer Praxis haben sie augenscheinlich keine Ahnung, ja, Wellness, Sport, Ernährungsberatung, dazu noch ein stets willfähriger Arzt, Krankschreibungen, Wunschverordnung, natürlich auch Nullwartezeit, auf- und zum Termin, der kriegt dann ein Bonbon, was den anderen natürlich abgezogen werden muss. Genau da, Nachtigall, ich höre die Trapsen, der spürt natürlich zu Recht, dass die guten Ärzte, die es hinkriegen, ein fantastisches, ihr Team auszubauen, zu einem fantastischen Freizeit-Gesundheitsförderungsangebot für die Leute, die sich die Praxis als Hausarztpraxis gewählt haben oder Ersatzpraxis gewählt haben. Und der sozusagen mit den Krankschreibungen, da gibt es Gegenmaßnahmen, muss man dazu sagen. Also Krankschreibung geht natürlich in die falsche Richtung. Da gibt es dann zum Beispiel, kann man sich mal anschauen, gibt es die Möglichkeit, wo ist es? Die Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens führen dann zu einer Reduktion der Verdienstzuschüsse des Arztes, sodass er dann nur so viel Krankschreibung ausstellt, sozusagen, wie zu einem schnellstmöglichen Genesungsprozess wichtig ist und dadurch auch schnellstmöglich wieder die Rückkehr an den Arbeitsplatz des Mitarbeiters ermöglicht. Würde er jetzt zum Beispiel bei der Fußball-WM den unberechtigterweise zwei Wochen krankschreiben, würden diese Kosten ja von seinen Verdienstzuschüssen abgehen, nämlich diese zwei Wochen Kosten, die im Unternehmen entstehen, durch Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Sehen Sie, daran muss man natürlich denken, dass man das kontert, nicht, dass jetzt plötzlich die Ärzte hingehen und sozusagen krankschreiben auf Wunsch hin. Ja, das muss man kontern. Das machen wir auch. Deswegen ist es ja so wichtig, dass es nur die Next Scientists for Future vom Weltrat diese Reformen durchführen können, weil die genau wissen, nach 52 Jahren Wissenschaftserfahrung, auf was man alles noch achten muss. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Wunsch-Verordnung, da spricht das an, dass die teuersten Medikamente verschrieben werden, sozusagen. Ja, aber das würde der Arzt in dem neuen System ja nicht mehr machen, sondern er würde den richtigen Kompromiss wählen zwischen teuren Medikamenten, mit denen der Patient aber besser zurechtkommt und den billigstmöglichsten Generika, oder wie sie heißen, um möglichst viel Kosten zu sparen. Denn jedes teurere Medikament geht ja von seinen Verdienstzuschüssen ab. Allerdings, wenn der Patient sich aufgrund des billigeren Medikamentes aber schlechter fühlt, geht dann noch mehr Geld von seinen Verdienstzuschüssen ab, sodass er dann sich doch lieber für das etwas teurere Medikament entscheidet. Und das wollen wir doch auch, dass der Patient, dass wohl das Patienten an der ersten Stelle steht und darüber entscheidet, was der Arzt, wenn überhaupt nötig, verordnet. Ja, aber null Wartezeit auf und zum Termin ist natürlich immer die Pflicht eines jedes Arztes. Nicht nur bei den Kursen, sondern auch bei jedem Einzeltermin, den er noch hält. Und klar ist es, dass wenn dann in der Stadt ein paar riesige, also Großpraxen mit der Zeit entstehen, von den besten Gesundheitsförderern der Stadt, dass natürlich die anderen dann alle zumachen können irgendwann. Das ist doch auch nur gut so. Wir brauchen doch händeringend, ja. Also, um das nochmal zu zeigen hier. Ärzte sind kluge Menschen, denn so ganz ohne ist es ja nicht, das Studium zu bestehen, ja. Und das heißt, die sind im klugen Bereich, haben meistens größere Gehirne und gehören zu den Klügeren der Gesellschaft. Und darauf wartet die Wirtschaft sehnsüchtig, nicht nur die Medizin, Forschungswirtschaft, die Medizinindustrie, die pharmazeutische Industrie. Alle warten Sie auf solche klugen Köpfe, dass die unser Wirtschaftswunder mehren und wir dann viel mehr Geld an Sie, liebe Wählerinnen, auch verteilen können. Ja, wir müssen doch gucken, dass wir endlich dieses Monster Gesundheitswesen kostenmäßig in den Griff kriegen und dass diese wertvollen Arbeitskräfte endlich in der Wirtschaft unser Wirtschaftswunder mehren können, anstatt sinnlos Kranke zu verwalten. Dann werden vielleicht in einer Stadt von 500 Hausarzten bleiben, am Ende vielleicht 20 übrig oder 30, ja, mit ihren Großteams, die also ganze Viertel abdecken, sozusagen mit ihrem ganzen Freizeit und Sport und Tanz und Singen, musizieren und Gesundheitsangebot, Ernährungsangebot und, 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 ja. Und das ist doch auch gut so, ja. Ich möchte doch, dass die Kommune, die Hausarztgesundheitskommune, zu der ich gehe, dass da möglichst viele Leute drin sind, weil ich dann eine größere Chance habe, nette Liebespartnerinnen zu finden und, 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 ja. Und es ist doch ganz, ganz wichtig, dass die anderen dann endlich Nützliches machen dürfen, ja. Und wer, wer so fanatisch darauf ist, unbedingt weiter als Arzt, als nicht kompetenter Arzt, der ja erwiesenermaßen sich als nicht besonders kompetent erwiesen hat, wenn der dann unbedingt darauf besteht, also ein Arzt, der eher sich in dem Bereich befindet, ja, und, und darauf besteht, unbedingt Menschen misshandeln zu wollen, der kann ja nach Österreich oder in die Schweiz gehen und dort die Leute krank machen, ja. Das ist dann auch okay. Damit können wir ja auch leben, ja. Wir sind ja, wir denken ja freiheitlich, ja. Aber die vernünftigen Ärzte werden die Angebote der deutschen Wirtschaft annehmen und werden ihr Vorwissen und Vordenken anwenden in der, in der Wirtschaft und werden mit ihrem klugen Kopf gutes Geld in der Wirtschaft verdienen, ne. Weil sie akzeptieren werden, die anderen können das besser als ich mit der Gesundheitsförderung und der Krankheitsverhinderung und ich kann das nicht so toll, also bin ich auch bereit, einfach mal in andere Jobs zu gehen, ne. Ja. Und dann haben Sie, liebe Wählerinnen, wieder mehr Geld im Geldbeutel, denn das Ganze resultiert in einem riesigen Gesamtwirtschaftswunder und da kriegen Sie ja dann wieder Geld von ab. Ich habe ja gesagt, so bis zu circa 700 Euro im Monat netto steuerfrei für jeden arbeitenden Menschen. Damit können Sie dann ungefähr rechnen, ne, langfristig. Ja, also ich gehe noch mal zurück. Was den anderen natürlich abgezogen werden muss. Genau. Und das ist vielleicht einer, der spürt, dass er das ja gar nicht kann und dass er nicht so schnell umlernen wird können, trotz des kostenlosen Unterrichts der Next Scientists for Future nicht so schnell zu einem guten Präventivmediziner wird und dass er dann zu den Verlierern des Modells gehört. Ja, das ist aber auch gut so. Jemand, der ja auch schon spürt, dass er nicht besonders kompetent ist, das ist doch gut so, wenn der dann irgendwann seine Praxis schließt und was anderes Vernünftigeres tut und nützlich für uns wird, anstatt uns kaputt zu behandeln. Der Praxisalltag ist leider so, dass alles budgetiert ist und die Zeit kaum ausreicht, um seine Arbeit ordentlich hinzubekommen. Ja, und er kapiert jetzt halt nicht, dass wir das ja alles wegstreichen. Es gibt ja nichts mehr, es gibt keine Budgetierung mehr, es gibt keinen Papierkrieg mehr, keine Dokumentationspflichten mehr. Er kann also schon mal das Personal einsparen, was für den Dokumentationskram zuständig war und so weiter. Also da kann ganz viel eingespart werden. Kostenerwartungskurven, Teams mit Fachärzten, zusätzliches Personal für Delegierbare, aber nicht von der Kasse bezahlte Leistungen, illusorisch. Er kapiert nicht, dass über die Verdienstzuschüsse natürlich diese Dinge dann von der Kasse bezahlt werden. Denn wenn ein Gesundheitskurs ganz viele Operationskosten verhindert, verglichen mit den Erwartungskurven der Versicherten, dann kriegt er ja von der Kasse für die eingesparten Operationskosten ja lauter Verdienstzuschüsse ausgezahlt. Also dieser Mensch versteht gar nichts, will nichts verstehen, ist wahrscheinlich ein Lobbyist für, lasst uns doch weiterhin auf Kosten der Gesellschaft schmarotzen und lasst uns doch einfach weiterhin schön in die Geldbeutel der Wählerinnen greifen. Das ist genau diese vorteilbringenden Irrtümer. Alles, was hier genannt wird, sind, und ich denke, dieser Mensch glaubt das ja, was er sagt, das sind alles vorteilbringende Irrtümer, die aber auf die Köpfe der Leser wirken sollen, als parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes, also sozusagen manipulativ, manipulativ, schmarotzerisch wirken sollen auf die Restgesellschaft. So, dann habe ich wieder geantwortet, weil da auch jemand irgendwie geschrieben hat, dass dieser beleidigende Text ja auch nicht der Etikette entsprach. Ja, das entsprach nicht der Etikette. Abgesehen davon ist es sachlich falsch. Das Reformkonzept der nextscientistsforfuture.de bedeutet, dass alles, das völlig anders wird, dass alles das völlig anders wird, was hier als Gegenargument aufgeführt wird. Einzelleistungen werden überhaupt nicht mehr bezahlt, nur noch die Gesundheitswirkung auf die Kunden. Fertig. Null Papierkram mehr, null Bürokratie, halber Tag frei für Gesundheitskurseprogramm, halber Tag für Einzeltermine. Fertig. Ja, damit ist alles gesagt. So, dann können wir das auch wieder zumachen. Und dann sind wir jetzt hier. Nämlich hier, Volksentscheid-Wahlprogramme wie dieses sollten Standard werden. Ah, so, dann bin ich falsch. Das müssen Sie hier anklicken. Dann ist man dann hier. Dann ist man hier. Und jetzt muss ich gucken, ob Sie das auch sehen können. Na, das ist ein bisschen schwierig. Warten Sie. Wo sind Sie? Na, das muss ich eine Stufe kleiner machen. Das können Sie sonst nicht sehen. Nicht hundertprozentig. So, jetzt stimmt das. Jetzt drücke ich das noch in Ihre Sichtpost. Äh. Nö, dann mache ich es doch wieder zurück auf 120. Das kriege ich schon irgendwie hin. Sehen Sie. Jetzt können Sie ungefähr alles sehen. Jetzt sehen Sie hier zum Beispiel, was passiert. So ein. Alle Parteien sollten also nur noch in Kategorien denken, Wahlprogramme als Volksentscheid-Wahlprogramme schreiben. Hier fünf Wahlalternativen zu einem Thema. Hier der von den Next Scientists for Future. Brauchen Sie nicht zu lesen. Und dann habe ich es Ihnen gestern ja schon langsam durchgescrollt. Jetzt mache ich es nur noch mal schnell. So kriegt man hier Einblicke in diesen ersten Vorentwurf für ein Volksentscheid-Wahlprogramm. Und ich hoffe, dass die Neuparteien wir 2020 und dass die Basis schnellstmöglich die Kurve zu diesen Volksentscheid-Wahlprogrammen bekommen. So, jetzt sind wir hier. Wie viele Klicks haben wir denn hier? 54, 38.054. Das ist die alte...